Das Hotelprinzip Die Lazise liegt in Lazise in Gardasee. Das Hotelprinzip Die Lazise ist sehr beliebt unter den Gästen. 94% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 187 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,6 von 6 Sonnen. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,6 von 6 Sonnen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport- und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,6 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.